Du hast mit Schlitte wirklich einiges zusammen gemacht. Ach ja. Einiges. Ihr habt sogar mal zusammen ein Programm gemacht, glaube ich. Ja. Und da habt ihr, ich weiß nicht, ein BUSH-Programm gemacht, so ein Kendler, wo du hast viele Kendler-Programme gemacht. Und du hast eine schöne Zugabe. Ich hatte eine schöne Zugabe. Okay, weißt du noch, wie die ging? Ja. Darf ich dich das fragen? Das ist ein Wursch-Programm. Geht das? Aber die. Willst du machen? Ja. Okay, ich gehe zur Seite und du machst es. Ja. Das klingt übrigens der einzige Text sein heute Abend, der nicht von Friedhelm Kendler ist. Ich bin ein Wursch-Programm. Ich bin ein Wursch-Programm. Ich bin ein Wursch-Programm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.